Sie müssen sich jetzt vorstellen, wir spielen das jetzt für Sie heute Abend exklusiv in der... In der... Entschuldigung. Muss ich etwas machen? Willst du ein bisschen Wasser? Das wäre gut, ja, kannst du mir... Mit oder ohne Gas? Egal ohne! Super, danke. Das schneiden wir dann raus. Ja, ist besser. Ja. Also, wir spielen... Willst du ein Stück Brot? Das wäre gut, ja. Sie haben nur Sandwich. Nein. Oder Wrep. Was? Wrep. Was ist das? Wrep. Das ist etwas Neues. Das ist so gerollt und länglich mit Sachen drin. Sicher gut gegen Krott. Okay, so eins. Fleisch oder Fegi? Äh, Fegi. Okay. Tal, Grandi oder Jumbo? Hä? Gross, grösser oder grösser? Klein! Sie haben es nicht. Einfach das kleinste. Also gross. Französisches oder italienisches Dressing? Ähm... Sie haben auch Hausdressing. Ähm... Was ist das? Pff, Dressing vom Haus. Französisch. Okay. Zum da essen oder zum mitnehmen? Äh, zum da essen. Im Teller oder in die Häusche? Im Teller ist doch nicht scheissegal. Jetzt bring mir irgendetwas zum Essen. Ich habe einen Krott im Hals. Bring mir ein Brötchen, ein Gipfeli, ein Weckli. Ich kann das auch so nicht machen. Ja, der Krott ist weg. Das wäre schön mit der Krott. Hey, der Krott ist weg. Jetzt kannst du die Ansage machen. Gut, meine Damen und Herren, der Krott ist weg. Nein. Äh, die Ansage. Entschuldigung. Er denkt schon richtig, es kommt einfach falsch raus. Also. Gästchen, ich weiß nicht. Tschüss. Dann wird das Kott. Dann wird das Kott. Dann wird das Kott. Dann wird das Kott. Vielen Dank.